So, Achtung. Prost. Prost. Auf Köln. Wir sind jetzt heute wieder in Köln. Das ist Julia, eine ehemalige Schauspielkollegin, mit der haben wir zusammen auch Abschluss gemacht, in der Schauspielschule Mainz. Und da sind wir jetzt hier in Köln und trinken Kölsch. War das jetzt kölnerisch? Das war so ein halber Versuch, gell? Kölsch, ich kann leider auch kein Kölsch, aber das ist das gute Reisdorf. Das ist das gute Reisdorf. Reisdorf, nicht Reisdorf. Entschuldigung. Julia muss sagen, ob mein Kopf weg ist aus dem Bild, gell? Wenn der weg ist. Nein, der ist voll drin. Dein Kopf ist voll drin. Ich sehe nur dich und Max im Bild. Nein, wir sehen dich schon. Du schneidest dich selber durch die Perspektive, das Objektiv schneidet dein Gesicht ab. So, ihr geht gleich ins Theater. Ja, genau. In den Schatzelmacher. Das ist ein Stück, das ist langsam schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein Stück von dem Theater im Keller. Wir gehen in einen Keller. Das ist ein Theater. Sie haben auch eine Schauspielschule und die machen ein Theaterstück. Genau. Ja, Prost. Julia, wir haben dich alle sehr, sehr lieb. Glück ist toll. Ich euch auch. Kommt wieder, dein Bier ist leer. Du musst wiederkommen. Ich weiß, mein Bier ist nicht. Du hast noch ein Bier hervorragend. Ist das noch so ein komisches Kölner Prinzip, dass wenn man das Bier leer ist, dann muss man wiederkommen? Ja. Man muss ja einen Bierdeckel aufs Glas legen, wenn man nicht das nächste Kölsch bekommen wird. Das ist vielleicht eine wichtige Information, die wir heute gelernt haben. Ja. Prost. 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 Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.